Aber damit passt mir jetzt gerade nicht. Bis zum nächsten Mal. also das was ich bei ihnen eingemacht das war keine verkehrte unterscheiden das war nein das war beschimpfung beleidigung aber keine verkehrte unterscheiden was ich habe mich versprochen ich bin von beleidigung war das war keine verkehrte unterscheiden du meinst bestimmt von beleidigung du hast ja das du wort gesagt gehabt also richtung flur oder mich angeguckt wenn das im flur gemeint wenn das mit der verkehrten unterscheiden gemeint bei den einen du hast doch vorhin gesagt hat moment war du hast vorhin auch gesagt hat das in zukunft namen sagen wollte ich begreifen verstehen kann ich weiß schon wie du meinst ja mit mir ein aber was hat das hat das hatte bei den einen der verkehrte unterstellung gemacht was was hat der ost die haben bei den einen der verkehrte unterstellung gemacht was was ich meine das hat was mit dem einen zu tun wo er die verkehrte unterstellung gemacht hatte er stellt ihnen zu lücken ein richtig richtig nicht uns alle den gestellten ins glück dahin meinst du du hast mich dabei angerufen gehabt du hast du schon näher was war das guck mal jetzt die schöne wolken von mir zu sehen komm mal schnell die wolken könnten später rot wer glaubt ihr es wird richtig lustig wieder so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.